Wir fahren heute auf die Hochebene von Lukavica, 1600 Meter hoch gelegen. Dort befinden sich die zwei Seen Kapitanero Jezero und der Manitou Jezero und vor allem auch die tolle Berghütte Moisan von dem Besitzer Zinnischer. Wir haben jetzt den Kapitanero Jezero erreicht, der Kapitanero Jezero liegt auf ca. 1600 Meter Höhe, wird gespeist durch unterirdische Quellen und hat daher das ganze Jahr den gleichen Wasserstand. So, wir haben jetzt hier die Hochebene von Lukavica erreicht. Im Hintergrund sehen wir hier hinten Malishurim und den Velikishurim, beides sind über 2000 Meter hoch. So, wir sind jetzt hier in der Hütte Moisan. hat eine tolle Wanderung und bekommen hier organisches Essen, organischen Wein, ganz tolle Sachen. Und nach dem Essen machen wir uns auf und gehen Richtung Velikishurim und versuchen dann dort eine Herausforderung, den Gipfel zu erklimmen. Hallo, ich bin Michelle und ich bin heute auf Lukavica, ich glaube, das ist richtig, mit einem großen Teilen. Und wir haben hier im Hintergrund gespielt, und wir haben hier aufgefunden, und wir sind plötzlich auf dieser wunderbaren Ort, das ist ein Haus, geblieben, durch eine stone, in der ich einfach zu fragen, ob wir können kurz aufhören und schauen, denn es ist toll. Der ganze Tag hat sich sehr gut gemacht. Es ist ein Geräusch, das ist eine fantastische Geräusche. Es ist alles Limestone. Es ist unglaublich. Es ist ein Geologist, der hier zu sein. Ich bin total inspiriert von diesem Ort. Es hat so viel zu geben und ich würde gerne noch mehr Tours gehen, wenn ich Zeit habe. Und ich werde sicherlich zurückkommen. Und ich möchte sagen, vielen Dank an unsere großartige Host heute für ein inspirierter Zeit, dass ich nicht ganz erwartet, dass es so sein wird. Es hat fantastisch. Vielen Dank.